Hallo ihr Kuhfladen. Willkommen bei den Unterstützern der Tierärzte. Unter der Leitung von Jurassic Parks obersten Veterinär Dr. Jerry Harding. Hier auf der Triceratops-Koppel wirst du den sorgfältigen Pflegeplan ausführen, den Dr. Harding und sein Team entwickelt haben, während du Triceratop-Babys überwachst. Solche wie dieses hier. Hallo Kleines. Aber achte unbedingt auf eine chronische Krankheit in der Herde, die alle sechs Wochen wieder aufzutreten scheint. Zu den Symptomen gehören Unausgeglichenheit, Desorientierung und erschwerte Atmung. Wenn ihr diese Symptome beobachtet, denkt an ACT, alarmiert Dr. Harding, einen Call an Wildhüter Malden, das Tier betäuben, damit es sicher untersucht werden kann. Im Namen von Dr. Harding und den Unterstützern der Tierärzte. Willkommen im Jurassic Park. Jakob Gestacht Vielen Dank.